ein haus ein haus ein haus wie geil leute wie geil ja schon klar mach halt platz hey dr jackson sorry miss jackson we principle great run money out oma und opa ja wahrscheinlich toby. vom letzten spiel hey honey, i want to go check out the husband Okay, dann ich selber. Ach, mein Schwämme? Sehr gut. Der Alleszocker selber. Aschenbecher, Digga. Feuerzeug. Ähm, zünden wir jetzt die Bude an, oder? Die eine Kerze. Was haben wir hier? Einen Ring. Nice think I put the candles in the wardrobe. Den kann ich verkaufen, Bruder. Gibt Geld. Streamen uns eine Frau nett und sympathisch. Weißt du was, wenn man mehr, ja, das stimmt. Aber weißt du was? Ich habe auch einfach mit Abstand die geistige Community. Das ist Tatsache, Leute. Ihr seid einfach alle Geld, Digga. Danke für die Follows auf Twitch, Leute. Ich küsse eure Herzen ohne Scheiß. Das ist meine Aufgabe. Geto Kenntnis von... Ach, Get. Und sieht jetzt mit. Wie nehme ich die mit? Ja, Mammu, Servus. Ah, Reihenfolge. Nee, warte, hier fehlt doch. Brauchen wir jetzt eine Reihenfolge? Brauchen wir eine Reihenfolge? Get the case from the wardrobe. Leave them on the cabinets and light them up. Äh, ja, der nimmt sich nicht mit, Digga. Okay. Ähm, auf den Schrank auf welchen? Den hier wahrscheinlich, oder? Ja, ohne Scheiß, Mia, gell? Macht Sinn, im Holzschrank Kerzen anmachen. Sehr gut. Wie gesagt, ich feiere euch jeden einzelnen, Leute. Vielen, vielen Dank für die Follows und so weiter. Und Geschenke natürlich uns, Subs. Und was ihr halt alles gemacht, Leute. Ohne Witz. Where did I leave the flower box? Oh, blonder Teufel ist scheiße. Ja, Mammu, auch dienstags, aber keine Horrorgames. Nur keine Horrorgames dienstags. Ähm, sehr romantisch hier. Also der Typ hier im Game, ähm, trotz dass ihr gerade so eine Kacke hier durchmacht, ist definitiv romantischer als ich, obwohl ich keine Kacke durchmacht. Okay, kann man machen, Digga. Kann man machen. Romantischer als ich auf jeden Fall, Digga. So, find the flower box, hab ich doch. Achso, muss jetzt hier hin. Was? Hey, Retro-Boys, servus. Der Hamster ist weg. Welcher Hamster war dein Hamster? Wär so, jetzt immer noch diese... Nein, find chill at the pub. Oh, jetzt gehen wir mal saufen, Digga. Jetzt gehen wir mal saufen. Also, Wasser trinken. Bevor jetzt hier, äh, TikTok wieder Spelle raushaut. Okay, Hon. Drag mich all the way out to be serenaded by Fat Tonys kreative rendition of Hotel California. Must be something special. Von mir auch, natürlich, blonde Teufel, gute Erbesserung. Hey, Tommy. Ach, da ist ein Käfig, hab ich gleich gesehen, Tobi. Neh mal das Foto, Tobi. Oh, schwanger! Ich werde ein Vater sein. Gute Nacht, Edda. Danke, dass du da warst. Ich bin nur so verrückt, wie du. Die Doktor sind schockiert. Es ist nicht total ein Miracle, aber... Ich bin ziemlich nah. Holy fucking shit, Babe. Ich... Okay. Dave ist busting out the expensive shit. Everyone in the house is getting shots. Ach, Raptor. Ähm, ja, okay, wir sind schwanger scheinbar. Geil, geile Nummer. Der hat ins Schwarze getroffen, würde ich sagen. Alright, Doc. Good thing, you're not on call. Let's do another one, then hit the road. I gotta interview a kid in the morning, that's making solar panels for Halfway houses. Oh, Jesus. I need at least another one after hearing that. I swear to God. Sometimes these people are just made up. I mean, I literally met you, when you were wrist deep in an orphan's spine, giving him a chance to walk again. Amelia. That's just work. Find ich aber auch. Come on, don't do yourself deprecating crap now. Ja, Debbie, genau. You're the best man I've ever met. Ja. Stimmt, Fanny. Auf die Schwangerschaft erstmal ordentlich ein Wein löten. Hey, Killer, Bruder. Vielen, vielen Dank fürs Follow. Vielen Dank fürs Follow, Bruder. Du küsst dein Herz, Digga. Ähm, sonst haben wir hier irgendwas. Leben technisch sind wir voll. Digga, also, das ist ein Bild. Volle Leben und sieben Tabletten. Sehr geil, sehr geil. Oh, Thomas, what the fuck? Pull over. The fuck are you doing? What the fuck are you doing? Wir haben, wir haben's verkackt, glaube ich, mit unserer Frau und dem Baby. Ich glaube, danke, Debbie, vielen Dank für die Geschenke. Ich glaube, wir haben's verkackt. Hey, Anime, hi. Hey, Anime, hi. Ihr haben's verkackt, Leute. Wir haben's, glaube ich, verschissen mit diesem Autounfall. Ach, du Scheiße, Digga. Deswegen hier diese ganze Kacke. Deswegen diese... Deswegen fressen wir auch diese Tabletten. Genau, mir, genau. Nein, nein. Wauw, dich. Ach, du Scheiße, Digga. Scheiße. Fuck. Boah, Digga. Würde ich mir aber auch nie verzeihen, sowas. Würde ich mir in meinem gottlosen Leben nie verzeihen, sowas. 20, 21. Ich glaube, das können wir uns merken. Alter Schwere. Okay, Digga, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Deine Hoffnung ist bedeutungslos. Ich will's jetzt mal nochmal ohne Licht angucken. Okay, erkennt man auch nichts. I'll need a screwdriver to open it. Digga, Scheiße. Ratschenschlüssel als Werbebanner bei mir unpassend. You will never escape your mind. Du wirst nie dein, 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 deinem, deinem Gewissen. Darf ich den Schatten laden? Darf ich den Schatten? erstmal 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 schubladen gucken bruder erstmal schubladen ok dann schatten ach die statue die ist ne statue sonst nichts aber sonst geht hier gar nichts gleich jeweils kein schraubenzieher hier auch nicht das heißt wir müssen jetzt wahrscheinlich erst mal durch und kommen wahrscheinlich noch mal hierhin genau okay wir gehen in die spiegel macht das licht ding das können wir auch noch probieren ne bringt nichts scheiß drauf ich glaube wir müssen rein erstmal okay wir müssen nicht rein okay wir können nicht rein hat die statue was in der hand ist können wir jetzt gucken die hat nichts in der hand der guckt mir nicht so an ich kann nichts dafür hat dann nichts foto bis 24 uhr debbie wenn die war vorher nicht da nicht die war die jetzt offen jetzt ist aufgegangen jetzt ist die obere aber noch nicht auf das heißt wir haben jetzt schlüssel ich muss das spiel loben ich muss das spiel an dieser stelle echt loben wirklich übertrifft meine erwartungen der hat glaubt der bris franzi genau ich kann das auge anklicken das war jetzt so nicht geplant das war das habe ich nicht vorgehabt das habe ich so nicht vorgehabt eigentlich habe ich das vorgehabt aber okay kann man machen kann man machen war aus versehen ich bin ausgerutscht da stand eine zahl franzi gucken wir gleich danke steffe für das follow auf twitch ich küsse den bruder okay rollstuhl stop i can't come back you know i was in a coma for a month und das haben wir franzi das haben wir und all of that would have been fine but i lost my baby my miracle child my my once in a lifetime shot at being a mother and i'm still hurting from that you can't just keep drowning and killed in blues so don't call me you can't call sober ich glaube wir haben es einfach verschissen wir haben es einfach verkackt wir haben unser leben einfach komplett ruiniert mit dieser scheiße hoffen wir einfach mal dass es aus versehen war der unfall und nicht irgendwie alkohol besteuert oder gesteuert unfälle können natürlich immer passieren aber hey wenn das alkohol mit dem spiel war junge dann werden wir nicht mehr glücklich voll aber das spiel muss ich loben geile story geiles feeling bekommt man hier ok da können wir durch das machen jetzt gleich kaffee oder tee äh ich nehmt tee gerade kein kopf für kaffee was krabbelt das stefanie wo krabbelt das da hab ich nichts gesehen bin ah 20 21 was i don't load the code digga bist du blind da steht der noch da guck den doch an digga was i don't load the code also ähm irgendwie stößt der code für irgendwas anderes oder was weiß ich ok ach was du trinken sollst Alex äh gönnt dir tee nie aaaah digger wie krank dicker haha hahahaha aaah kannste die lampene hin für was sollte die lampene hin da gehen wir gleich rein jetzt haben wir zwei Wege scheinbar einmal unten rund durch das Gitter hier was haben wir da? ok wir haben hier was ah da ist ne das ist ein Zettel den haben wir ja gehabt die Kiste werden wir nachher brauchen und hier geht es ja auch noch rein sehr Tobi hinter dem Kopf guck mal gleich wie es heute ist das etwas ich hoffe nicht ich hoffe nicht dass es das Ende ist ja da stand der Spiegel schläft nie ja ich weiß nicht kann ich den Code jetzt nehmen was ist denn das da steht der Code warum nimmt er den jetzt nicht das nervt mich jetzt ein bisschen das ist wahrscheinlich ein anderer Code das ist wahrscheinlich ein anderer Code hab ich das Gefühl mach halt zu ich mach jetzt mal die Kiste da ok geil weißt du was jetzt geil ist ich kann diese Kiste nicht mehr nehmen ich kann diese Kiste nicht nehmen der kommt nicht da hoch Digger ich glaub ich bin stark Digger jetzt ich glaub das ist scheiße gelaufen die KG GIF die Zahl von PULS die ist natürlich echt aber das andere ist nur ein GIF Bild ah hier also falls du jetzt den PULS GIF die Zahl ist echt aber natürlich nicht hundertprozentig sonst hätte ich ganz andere Geräte hier rumstehen oh Digger voll übersehen hört man mich doppelt ah ok sehr gut sehr gut danke nein Digger Chat zweier rechts also ihr ihr rechtsdenker danke für nichts da habt ihr es da habt ihr euren da habt ihr euren rechten sehr gut Fabian das ist gut jetzt Digger ich scheiß mir in die Hose alter Digger leck mich am Arsch alter boah Mann ey leck mich Digger 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 bei mir kam Material mit definitiv Digger ich brauche eine neue Hose morgen Mama kann mir gleich eine neue kaufen morgen die braucht man nicht mehr waschen die durch da kam so raus gedonnert Digger die ich verrissen jetzt so hier ist nichts alles klar hast du aufgenommen sehr geil I don't know sehr geil wie gesagt ihr dürft sehr gerne nachmachen macht Clips Leute haut's ins internet auf TikTok so alien streams lessen the hunger of the mirror forge alien streams jetzt wisst ihr wo ihr angekommen seid hier alien streams schweiz das war jetzt wirklich gottlos digga aber geil i should look around for the lever never mit suchen wir lever hier glaube ich oder auch nicht digga ja nehmt doch mit der war sehr gut da muss ich auch sagen der hat mir auch sehr gut gefallen ich bin nicht tief alter der schreibe auch mega gut also von 1 bis 10 gebe ich dem schrei von mir definitiv eine gute neun eine gute neun gemacht dazu da geht nichts das ist okay Panzer tape sind wir bei bewertungen kommt das spiel hilft dir auch ohne dass du eingestellt das spiel ich habe gar nichts eingestellt wie das ich konnte auch gar nicht schwierigkeitsgrad einstellen vielen dank fürs von auf twitch ich kann schwierigkeitsgrad nicht einstellen also das spiel ist doch linear aber dennoch gut gemacht ja vielen dank für die support schon ok schützt mal dein leben noch ein bisschen um hier nicht hey simon was geht es bei mir geht gar nichts außer hier bei dem bei dem geht einiges ein bisschen ab so geht es eigentlich spiel wie gesagt heute eben in dem spiel geht es wahrscheinlich darum dass wir unser ungeborenes durch den autounfall getötet haben und wir jetzt ein bisschen der macht auch definitiv die machen im auge in so spiel machen dem auge die müssen zerstören das macht ihr gleich du kannst von tik tok simon sehr gut feierlich ich feier alle egal wo sie herkommen die geräusche sind geil die geräusche sind geil die geräusche sind geil also ich kann spiel immer wieder nur nur kann es nur loben hallo katja hier war mir ja hier muss man noch hin kommen wir noch was mit dem ich habe gar nichts gemacht gar nichts nur die eine bild getrunken zack macht die tür auf kollege wie den fiel und vor exit jetzt hast du mir verarscht danke franzi für die geschenke danke danke wie gesagt leute seid mir nicht böse auf tik tok oder grad auf tik tok wenn ich mich bei jedem einzelnen bedanken kann das geht so schnell unter im chat not the pulle ich habe doch noch gar kein levermann habe ihn levertiger ja gar kein levermann danke fürs folgen viele dank mir vielen vielen dank fürs folgen viele mal okay okay spiegel da stellt sie bestimmt auf leute ich das ekelhaft stefanisch wieder wach sehr gut sehr gut stefanisch sehr gut scharf findet so jetzt sind wir da okay was haben wir hier jetzt nichts okay schlafen kann ich vergessen lena das können immer sehr viele leute bei mir im stream nie wecken immer drauf zu denn da sind die verwirrt ja genau tobi immer verwirrt code code aufschreiben mit den 9 17 39 173 wo waren wir waren das jetzt mit dem code da bin ich hier scheiße waren das mit dem code wir haben vergessen das war doch da drüben geld das war doch hier drüben glaube ich glaube ich muss hier wieder zurück hallo ja geh doch sehr gut schätzt viele vielen dank wollte nur kurz vorbeikommen sagen dass sich erst nach weihnachten wie den jetzt alisa alles kein ding alisa du bist schon die alisa von damals oder unser alisa bestimmt kommt das baby doch nicht ja 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 ja